Kollege mit dem C2, jetzt auch wieder 18. Mhm, vor allem nicht beide Dinger, ja, in Verfrühung und Rieber, was ist das Ding? Und das Rieber schreit mich an, ja, ja, ist gut. Ja. Wo habe ich denn einen Unfall gebaut? Hm, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so schlimm. Irgendwo werde ich einen gebaut haben. Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber trotz, äh, nichtsdestotrotz eine schöne Überlandstrecke hier. Außer das Gepiepe, das nervt. Ja. 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 Ah, wenn ich nicht zu sehr aufs Gas drücke, dann bleibt er still. Ah, süßen etwas. Alter, geht es hier echt nur geradeaus? Ist hier echt nicht normal? Ja, 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 ja. Ah, 50 nur noch. Okay. Genau, offizielle Haltestelle? Hm. Nächste Haltestelle. Waren wir. Ab zwei Kanin. Zugang zum Werkwerk Prosper 3. Ah, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn hier? Äh, endlich mal wieder ein bisschen was anderes als ich kann es ja nur geradeaus fahren. Nächste Haltestelle, Hölderlinstraße. Wie bin ich denn? Bin noch eine Minute. Ist das so was wie eine Heizung hier im Bus? Nein, die ist kaputt. Kann ich hier irgendwo aufsteigen? Ist das Auto gefahren? Wirklich? Okay. Okay. Guten Tag. Entticket. Entticket. Nächste Haltestelle, Lindhorststraße. Wir sind hier durch die Vororte. Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße. Sieht doch eh weiter geradeaus, ne? Ja. Ach ja, Eichendorffstraße, da steht keiner. Sonne ist bloß nicht wieder gegen irgendein Auto gehen rasseln. Sollte Haltestelle, Eichendorffstraße, Eichendorffstraße, Eichendorffstraße. Ja, es scheint ja gut zu funktionieren. Hier rein? Ja, ruhig. Oh mein Gott, fahren Sie schon weg. Ja, ja, ja. Meckert nicht. Hallo. Hallöchen. Na, haben Sie, was ist das? Ich habe gerade ein paar Probleme. Nächste Haltestelle, Sportpark. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Bitteschön. Bin ich denn zu früh? Oh, zwei Minuten, okay. Nächste Haltestelle am Lamperfeld. Oh mein Gott, fahren Sie scheiße. Ich kann dafür die Straße doch nix. Ich habe die Straße so nicht gebaut. Ich kann da nur langsam mit 30 oder wie schnell auch immer, es war drüberfahren. Ich kann da nur langsam mitylen. dann sollte ich das seien sie dann mal nicht nur halte stelle fahrer pferdemarkt hohen pferdemarkt alle linien z ob da muss ich ja da rüber mal kurz was nachgucken wo wir denn den bottrop halten buchsteig 14 ok dann weiß ich wissen schon mal so ganz grob wo ich hin muss so 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 möchte ich mal einsteigen ich glaube nicht so 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 nächste haltestelle botzrupzrup berliner platz bussteig 14 dieser bus endet hier wir bitten alle fahrgäste auszusteigen gut dass ich nicht vor dir fahre wo willst du denn hin da hast du Leute ich habe grün so 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 weich so 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 So. Ich habe auch noch einen richtigen Buschdeck gefunden. Ja, ja. Ist gut. Warum wir nicht? Wir fahren nicht mehr zurück. So. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Abonniert auch diesen Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr hier über alles informiert werdet. Folgt mir auch gerne auf Twitter und Instagram. Alles einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sage ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Momsi.